Das BKA muss gerade viele Hinweise im Bereich Terrorismus auswerten. Die Nachrichten jetzt mit Roland Boros. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden hat offenbar viele Hinweise dafür, dass gezielt Terroristen als Flüchtlinge nach Deutschland eingeschleust werden. Die Einzelhinweise hätten sich aber noch nicht bestätigt. Wir haben Hinweise auf etwa 410 Personen, die im Flüchtlingsstrom nach Deutschland gekommen sind und die Mitglieder oder Unterstützer von Terrorgruppen oder auch Kriegsverbrecher sein sollen. Wir gehen diesen Hinweis sehr intensiv nach. Vielfach handelt es sich um Verleumdungen oder auch um Falschmeldungen. Dort, wo wir den Sachverhalt nicht unmittelbar aufklären können, führen wir auch Ermittlungsverfahren. Derzeit knapp über 60. Schlappe für die Gewerkschaft der Flugsicherung vor dem Bundesarbeitsgericht. Die GDF muss für einen mehrtägigen Streik der Vorfeldlotsen am Frankfurter Flughafen Schadenersatz zahlen. Der Grund, der Arbeitskampf im Februar 2012 war rechtswidrig, weil einzelne Forderungen der Gewerkschaft noch der Friedenspflicht unterlagen. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte geklagt und will über 5 Millionen Euro Schadenersatz. Über die Höhe entscheidet nun das hessische Landesarbeitsgericht. Hessen beteiligt sich jetzt am bundesweiten Hilfsfonds für Opfer von sexuellem Missbrauch. Insgesamt steuert das Land in den kommenden beiden Jahren 3,7 Millionen Euro bei. Das Geld ist für Opfer von sexuellem Missbrauch in Familien vorgesehen. Bislang sind aus Hessen 377 Anträge für therapeutische und sonstige Hilfen eingegangen. Fallschirmspringer der Bundeswehr üben seit heute drei Tage lang am Edersee für den Ernstfall. Nach einem Absprung aus 400 Metern Höhe sollen die Fallschirmjäger die Wasserlandung trainieren. Sie gehört zu den schwierigsten Einsätzen der Soldaten. Die deutschen und sogar niederländische Fallschirmjäger gehören der Division Schnelle Kräfte an, die in Stadtallendorf stationiert ist. Sie ist eine Spezialeinheit der Bundeswehr. Ihre Soldaten werden gerufen, wenn es darum geht, Geiseln im Ausland zu befreien oder Bundesbürger aus Kriegsgebieten zu holen. Morgen früh ab 10 Uhr werden sie erneut am Edersee zu sehen sein. Es kommt Bewegung in die geplante Börsenfusion Frankfurt-London. Nochmal Nachrichten mit Roland Boros. Die deutsche Börse hat beim geplanten Zusammenschluss mit der London Stock Exchange eine wichtige Hürde genommen. Das Unternehmen hat jetzt die notwendige Zustimmung ihrer Aktionäre. Mehr als 60 Prozent bieten ihre Aktien zum Umtausch in Papiere des fusionierten Unternehmens an. Die Aktionäre der London Stock Exchange hatten bereits Anfang des Monats grünes Licht für die Fusion gegeben. Nun müssen auch die Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung geben. Allen voran die EU-Kommission und die hessische Börsenaufsicht. Für den Neubau der Horst-Schmidt-Kliniken gab es heute den obligatorischen ersten Spatenstich. Der Krankenhauskonzern Helios und das Land Hessen investieren rund 265 Millionen Euro in den Neubau der Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Die siebengeschossigen Gebäude haben eine Gesamtfläche von knapp 96.000 Quadratmetern. Das entspricht etwa 630 Einfamilienhäusern. Die Computeranimation zeigt die Rückansicht der Klinik mit dem Hubschrauber-Landeplatz und die Frontansicht der neuen Klinikgebäude mit dem Haupteingang. 2020 soll der Neubau dann fertig sein. Das Polizeipräsidium Südhessen sucht jetzt mit einem Foto zwei Männer, die bei einem Unfall auf der A60 tatenlos zugesehen haben sollen, wie ein Lastwagenfahrer in seinem Fahrzeug verbrannt ist. Statt zu helfen, sollen sie die Szene mit ihren Handys gefilmt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung. Am 8. Juli hatte der Lastwagenfahrer bei Ginsheim-Gustavsburg ein Stauende übersehen. Er fuhr auf einen Sattelzug auf und verbrannte danach in seinem Fahrzeug.